Was machen Sie eigentlich heute? Augenblick sitze ich hier, um mich provozieren zu lassen. Ist ja noch nicht losgegangen. Ich meine heutzutage, wo Sie nicht mehr Fernsehen machen. Ich sitze zu Hause, ich lese sehr viel, sehr viel. Ich tue es mir an, viel Fernsehen zu sehen. Da muss man sich heute was antun zu. Und außer Ihrer Sendung natürlich. Und habe eine große politische Tätigkeit. Was heißt große politische Tätigkeit? Sie sind der DKP beigetreten. Ich bin Mitglied der DKP. Ich bin sehr lebhaft am Parteileben beschäftigt. Ich schreibe für Zeitungen, für kleine Parteizeitungen. Und werde, obwohl Tagesspiegel und andere Medien mich der Vergessenheit anheimfallen lassen, immer wieder eingeladen. Zum Beispiel von Ihnen. Sind Sie manchmal gekränkt? Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen manchmal fehlt, Fernsehen zu machen. Sie haben das so oft gemacht. Fehlt Ihnen der Schwarze Kanal? Auch mir wäre es lieber, wenn es einigen Zuschauern heute fehlen würde, der Schwarze Kanal. Das Fernsehen auch im Blick. Ich hatte es nämlich bitter nötig, einen Schwarzen Kanal. Haben Sie den Eindruck, Ihre Sendung fehlt den Zuschauern? Ich kenne sehr viele, die Ihnen fehlt. Was heißt sehr viele? Eine Handvoll, täglich 100 Briefe. Was sind sehr viele? Ach, wissen Sie, wenn ich zum Beispiel einen Brief kriege aus Magdeburg von einem Mann, den ich kenne. Ich habe Ihren Kanal nicht oft und nicht gern gesehen. Aber was Sie über die Gebrechen und Verbrechen des Kapitalismus gesagt haben, war die reine Wahrheit. Jetzt erfahren wir es am eigenen Leibe. Das ist ein Kompliment. Und würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme? Das ist ganz gewiss noch nicht die Mehrheit. Ja, den Eindruck teile ich auch. Wir stellen Ihnen jetzt nicht dazu, nehme ich an. Nein, durchaus nicht. Obwohl, wir können ja viel gelassener darüber reden, gewissermaßen nach Ende der Schlacht, die er verloren hat. Und zwar deshalb gelassener, weil seine Positionen doch historisch nicht haltbar gewesen sind. Ich denke, die Auffassungen, die im Schwarzen Kanal vertreten worden sind, dass also der Kapitalismus gewissermaßen die DDR überfallen sollte, wollte, militärisch, deswegen habe er eine Mauer gebaut, was ja die Lüge an sich schon gewesen ist, denn jeder in der DDR wusste, die Mauer ist nicht gebaut worden, um Panzerarmeen des Westens, der Bundesrepublik abzuhauen, um die Leute daran zu hindern, abzuhauen. Und diesem Widerspruch hat die Sendung gelebt, in diesem Widerspruch hat er von Schnitzler gelebt bis heute. Und ich denke, das ist die historische Wahrheit. Diese Idee hat sich überlebt. Und insofern kann man, wie gesagt, gelassen darüber reden. Und wenn es noch einzelne Anhänger gibt, dann kann man nur sagen, es gibt immer Verrückte. Und auf jeder Seite gibt es so und solche. Aber sie sind wirklich sehr, sehr vereinsamt geworden. Herr von Schützer, Sie haben die Schlacht verloren, sagt Herr Luhmann. Ich habe eine Schlacht verloren. Das heißt, Sie kämpfen noch? Nee, der Kampf geht weiter. Wer ist Ihr Feind im Moment? Der Feind ist unveränderter Imperialismus und seine kapitalistischen Vertreter. Wenn man das, auch die Art und Weise, wie Sie es vortragen, Herr von Schützer, klingt so, so ein bisschen wie, er ist kein Wendehals, kommt gerade aus dem Publikum. Das kann man beileibe nicht sagen. Es klingt so ein bisschen so wie auswendig gelernt. Und ich glaube Ihnen auch, dass Sie glauben, was Sie sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Sie spielen eine Rolle. Ich glaube, dass Sie glauben, was Sie sagen. Das ist tatsächlich so. Ich habe in meinem Leben Erfahrung gemacht, mehr als wahrscheinlich die meisten hier in diesem Raum. Ich bin 1932 in die sozialistische Arbeiterjugend eingetreten. Bei meinem Herkunft, bei meiner Familie war das eine Sensation. Das war eine Parteinahme, eine Parteinahme für die Arbeiterklasse. Eine Absage an meine Klasse, aus der ich komme. Ich bin 1937 in die illegale kommunistische Partei aufgenommen worden. War eine große Ehre. Ich habe dann Kurierfahrten mit Motorrad von Freiburg in die Schweiz gemacht, Personen und Material hin und her gefahren. Ich habe den Imperialismus und den Antifaschismus auf beiden Seiten der Front kennengelernt, am eigenen Leibe. Auch in meiner eigenen Familie. Sehen Sie, ich bin geboren genau zwischen Oktoberrevolution und Novemberrevolution, im April 1918. Und mein Vater, damals in Berlin-Dahlem. Und in Dahlem gab es eine Bürgerwehr 1918, 1919. Die hat sich gebildet. Mein Vater brüstete sich dann später am Mittagstisch, als ich schon älter war, damit. Da haben die Bürger von Dahlem, die etwa so reagiert haben wie heute einige hier, haben ihre Hürschfänger und ihre Yachtgewehre aus dem Schrank geholt und haben Yacht auf Karl-Liebmensch gemacht. Und ich bin erzogen worden von meinen Eltern, dass das eine Novemberverbrecher waren. Und bei der SAJ, bei der sozialistischen Arbeiterjugend, lernte ich es dann anders. Und seitdem bin ich regelmäßig bei der Demonstration, die nach Friedrichsfelde geht. Ich war 1933, noch im Hitlerjahr, vor der Machtübernahme. Bei der letzten Demonstration vor Hitler war ich dort, habe Tessi Thilmann sprechen, hören. Und das ist die Demonstration, zu der ich trotz meiner 81 Jahre hingehe. Herr Vorsitzender, den ersten Teil dieser Biografie verstehe ich aus Ihren Überzeugungen. Aber dann, das ist was, was mich persönlich immer so überrascht, jemand, der Diktatur kennengelernt hat, der dann anfängt, die absurdesten, menschenfeindlichsten Dinge in meinen Augen zu rechtfertigen. Da haben viele gesagt, Sie sind irgendwann verblendet gewesen. Wie beurteilen Sie das? Ja, da muss man sich da immer unterhalten, was absurd und was verblendet ist. und wer absurd redet und wer verblendet ist. Es ist ja immerhin fast gelungen, fast unser ganzes Volk zu verblenden und für die Hitler-Generation zu manipulieren. Das ist doch gelungen. Klare Frage. Frau von Schnitzer hat gelacht und sich entschuldigt. Na, entschuldigt, weil das so blöd ist, dass das schon quiekt. Sie dürfen nachher gerne was sagen. Den Vorwurf gibt es häufig. Bitte? Den Vorwurf gibt es häufig, Herr von Schnitzer. Sie hätten nicht so gelebt, Sie hätten wilde Partys gefeiert. Ich habe zum Beispiel gehört, wenn ich mal ergänzen darf, dass Sie in Ihrem Haus in Kleinmachno den Ostseesand da haben ihn hinkarren lassen für Partys. Ist das richtig? Ja, vor allen Dingen ist es richtig, dass ich überhaupt niemals in Kleinmachno gewohnt habe. Da fangen die Lügen nämlich an. Okay, wenn das so ist, dann ist es nämlich das Zurück. Das hilft nicht viel. Es ist herum, leider. Wenn Sie das gegen mich, gegen meine Sendung, keine echten Argumente gab, es ist niemand, lachen Sie nicht, es ist kein einziges Mal in 1500 Mal, kein einziges Mal der Versuch gemacht worden, mir, ich bin jetzt dran, Sie sind auch gleich dran, Herr Lummer, Sie müssen sich nicht immer vordringen. Die Rechten müssen sich nicht immer vordringen. Es ist über 1500 Mal nicht ein einziges Mal der Versuch gemacht worden, mich einer Lüge zu überführen, mich einer Fälschung zu überführen. Aber im Westen, ich rede vom Westen, im Westen, was glauben Sie, was man im Westen sich einen Fingerlecken gemacht hat, wenn das gelungen wäre? Das ist nicht gelungen. Und deswegen ist man übergegangen zu solchen Verleumdungen. Schnitzler feiert in Kleinmachno-Orgien, Schnitzler hat 57.000 Frauen, wir sind erst seit 40 Jahren, 39 Jahren, Verzeihung, seit 39 Jahren zusammen. Also, wir haben die erste Erregung im Studio und es geht auch bestimmt weiter. Es stellt sich weiter, Karl-Eduard von Schnitzler. Und Sie alle kommen zu Wort, versprochen. Heinrich Lummer hat danach das Wort, weil er von Schnitzler gesagt hat, das Westfernsehen hätte ihn nie widerlegt. Darüber reden wir gleich, Herr Lummer. Herr von Schnitzler hat eben gesagt, niemandem im Westen ist es je gelungen, ihn zu widerlegen. Also zunächst einmal hat sich, glaube ich, nie jemand ernsthaft der Mühe hingegeben, diesen Scheiß zu widerlegen. Weil das war in sich selbst so unschlüssig. Und das hat ja auch im Grunde keiner ernst genommen. Das Ziel der Sendung, das hat ja von Schnitzler irgendwann selber gesagt, seien die Bürger der DDR gewesen, das waren die Adressaten, und die sollten von diesem bösen, miserablen Kapitalismus abgeschreckt werden, soll überzeugt werden, dass es ein überlebtes System ist und dass der Sozialismus wächst und wächst und wächst. Hat er auch gesagt, so ähnlich. Und das Ergebnis ist gewesen, dass die Leute das nicht ernst genommen haben. Ganz im Gegenteil, er hat erreicht, dass die Leute mit anderen Augen auf den Kapitalismus im Westen geschaut haben, sie haben die Westsender gesehen und haben gesagt, der schwarze Kanal ist falsch. Und das ist die wirkliche Widerlegung durch die Geschichte, die stattgefunden hat. Und wenn Erno sagt, er hat nur eine Schlacht verloren, gut, den Glauben mag er haben, den haben viele, ja. Ich sage Ihnen Folgendes dazu. Der Sozialismus, immer wenn er versucht hat, einen Versuch gemacht hat, geschichtsträchtig zu werden, ist gescheitert. Sie kommen also an den Punkt, wo Sie sagen, ich kenne ein paar andere, die genauso sagen wie Sie, auf zum Besseren scheitern. Auch der nächste Versuch wird scheitern. Weil diese Philosophie, die Sie immer noch haben, sagen Sie mir doch, wo ist denn die Klasse heute, von der Sie reden? Welcher gehören Sie denn an? Welcher gehören die Leute an? Das ist doch alles der Schnee von vorgestern. Quatsch zählt überhaupt gar nicht mehr. Sondern jetzt das ganze Geschichtsbild und diese Ideenvorstellungen, die Sie haben, die stimmen überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein. Und deswegen kann man von vornherein sagen, ohne Prophet zu sein, diese Schlacht, wenn sie noch mal stattfinden sollte, mag ja sein, die werden diejenigen, die ihre Apologeten sind, auch wieder verlieren. Herr von Schnitzer, Herr Lummer sagt, man hat sich mal ernst genommen. Die brauchen nicht zu interpretieren. Ich halte es für heute für viel aktueller und für wichtiger, dass die Wiederbelegung von rechts verhindert wird. Herr Lummer, da meine ich Sie ganz konkret mit. Danke, ich stehe sonst dran, ja. Darum hat man Sie eigentlich nicht nach Israel gelassen gerade? Es gibt den Vorwurf, Herr von Schnitzer, Sie sind auch indirekt mitverantwortlich für Rechtsradikalismus, weil Sie so lange dieses System versucht haben, so unter diesen Köcher zu halten. Sie haben das ja öfter schon mal gehört. Ja, das ist ein Kabarett-Einwand. Hier wurde ja auch schon ein Kabarett geboten, da hinten eben. Sehr gut, sehr lustig. Bewerben Sie doch mal bei der Diesel. Ach nee, die nehmen Sie nicht, da sind Sie zu schwach für. Wissen Sie, mit dem Antifaschismus, das ist so eine Sache. Ich bin Antifaschist geworden durch Begegnung mit dem Faschismus. Ich habe Nationalsozialisten, in Anführungsstrichen, erlebt. Und zwar Führende und Mitläufer. Und Schläger, Schlägerbanden, habe ich erlebt. Und als Studentenführer, ich habe Herrn Filbinger erlebt, in Freiburg, da war er als Student, der... Dann haben Sie die Rote SS, 40 Jahre... Halten Sie doch mal Ihren Mund, ich habe Sie ja auch vorhin nicht unterbrochen. Sie propagierten die Ziele der Roten SS. Was eine interessante Frage ist... Fragen Sie ihn doch mal, was die Rote SS ist. Ich werde versuchen, Ihre Frage so weiterzugeben. Was eine interessante Frage ist, Herr von Schnitzler, Sie kommen sofort ran, Sie kriegen auch ein Mikro, aber lassen Sie uns bitte über diese Frage und Rote SS mal reden, Herr von Schnitzler. Eine interessante Frage ist, denke ich, warum haben Sie dann ein System gestützt, bei dem auch Menschen in Gefängnissen saßen? Das ist doch ein Widerspruch. In jedem Staat sitzen Gefängnisse. Hauptsache sitzen die richtigen Leute in den richtigen Gefängnissen. Und Sie sind der Meinung, das war der Fall? Jawohl. Aber Sie sitzen in Gefängnissen zur Auszeit und Sie sitzen... Herr Dr. Wolle. Entschuldigen Sie, ich habe gesessen. Ich habe bei Nazis gesessen. Ich war im Strafbataillon, weil ich Antifaschist war. Wir sind jetzt... Jetzt halten Sie sich fest, was ich jetzt sage. Jawohl, ich habe eine Niederlage erlitten, eine ganz persönliche. Mit der richtigen Sendung, der Schwarze Kanal, habe ich eine schwere Niederlage erlitten. Aufgrund einer Überlegenheit der westlichen Systeme, Sie hatten ja Dutzende von Sendern, wir hatten zwei Sender, Sie hatten Dutzende von Sendern, Sie hatten die Frontstadt West-Berlin, Herr Lummer kann da ein Lied von singen, wenn er singen könnte und würde und wollte. Sie hatten die Frontstadt West-Berlin, mitten in der DDR. Eine Eiterbeule, die... Bitte? Wer hat die Störsender gehabt? Wer hat die Störsender gehabt? Das ist die Kabarett-Ecke. Wollen wir mal sehen. Herr Fortschützer, Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Kampf verloren, Sie haben aber auch gesagt, Sie hätten die Dinge immer sehr gut analysiert. Am 28.08.1989 haben Sie gesagt, die DDR ist unerschütterlich, stabil, konsequent und unbeirrbar. Was ja nun definitiv nicht stimmt. Hat da Ihre Analyse versagt oder haben Sie da gelogen? Ach, führen Sie doch lieber Beispiele aus den Anfängen an. Aber jetzt reden wir über dieses, wir können über die Anfänge nachher reden, aber jetzt möchte ich gerne, dass Sie dazu was sagen. 1989 war der Herr Karren bereits gegen den Baum, drohte gegen den Baum zu fahren. Da hatten wir die Verräter in den eigenen Reihen, da hatten wir den Herrn Gorbatschow, den Oberverräter, der sein eigenes Land, sein eigenes Land preisgegeben hat, der das sozialistische Lager, der die internationale Solidarität preisgegeben hat, der Kuba preisgegeben hat, das sich trotzdem noch hält als sozialistischer Staat. Das vergessen die Herren da vorne immer gerne eben. Und China ist auch noch da und Nordkorea ist auch noch da. Das ist so ein bisschen Deutschschlusslegende, oder? Auf DDR. Keine Deutschschlusslegende, keineswegs. Nur, wir sollten aufhören, die Frage aufzuwerfen, was haben wir in der DDR falsch gemacht. Wir sollten die Frage stellen, was haben wir in der DDR richtig gemacht. Das ist nämlich so viel. Da kommt das und das und das zusammen. Da bleibt am Schluss ein Stückchen, was wir anders machen sollten, hätten anders machen sollen, oder was falsch war, gibt es. Und darüber reden Sie und ich rede über das. Über das und Sie reden darüber. Wollen Sie mir einen Gefallen, wenn Sie was sagen wollen, ordern Sie ein Mikro, dann kann man Sie auch verstehen, dann haben wir alle mehr davon. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, Herr Frau Stitzer, die sich bezieht, auf Ihre Bemerkung von den Menschen in Gefängnissen, die richtigen, im richtigen Gefängnis. Sie haben in einer Ihrer Sendungen jedenfalls gesagt, man solle den Leuten, die aus der DDR abhauen, keine Tränen nachweinen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge, Erfindung Ihrer Presse. Das hat Herr Honecker gesagt. Das stammt nicht von mir. Das stammt nicht von mir. Ihre Rechercheure taugen mich. Das wissen wir. Ich würde ja nicht wundern, dass Sie das Gleiche gesagt haben wie Herr Honecker. Doch, könnte ich sagen. Aber so einen Unsinn hätte ich nicht gesagt. Sie halten das für Unsinn? Ich halte das für Unsinn. Ja, aber warum sind die Leute weggelaufen? Und jeder Einzelne, der weglief... Und warum sind Sie, warum... Sie sind weggelaufen, Sie wollten weglaufen und wenn Sie weglaufen wollten, kamen Sie in den Knast. Nun sagen Sie mal, sind das die Richtigen im Knast? Wenn einer, der von einem Teil seines Landes in den anderen gehen will oder auch überhaupt irgendwo in die Welt gehen will, warum muss der Mensch in den Knast kommen? Da können Sie nicht sagen, dass Sie die Richtigen im Knast sind, oder? Es ist keiner weg... Keiner in ein Gefängnis gewandert, der nicht etwas getan hat, der nicht gegen ein Gesetz verschlossen hat. Versuch der Republikflug. Jetzt aber Schluss, du, jetzt aber Schluss. Du bist doch unbescheuert, bist du! Ja.